Hallo, grüße euch Zecke hier. Wir stehen hier zu dritt. Wir schauen uns den Livestream an von der AOK, Kochen mit Ruben Wertmöller. Wir freuen uns jetzt drauf. Die nächsten anderthalb Stunden gehören uns, gehören euch. Ich bin Sami Alagui. Ich freue mich hier, André und Zecke heute unterstützen zu können beim Kochen. Und wir machen es nach, aber wir machen es glaube ich einen Tick besser, oder André? Ich hoffe ja. Mein Name ist André Göllner. Ich unterstütze hier Sami und Zecke. Genau, bin hier im Verein für die Ernährung der Profiabteilung verantwortlich. Genau, und jetzt kochen wir genau die Sachen nach und versuchen das natürlich in die richtige Richtung zu bewegen. In diesem Sinne, hao he. Hau he. Hau he. Okay, jetzt machen wir beim Dressing. Genau, die einfach schön anbraten hier in der Pfanne. Fürs Buttermilchdressing. Da brauchen wir demzufolge ein bisschen frische Buttermilch. Aber André, ab und zu darf man auch naschen, oder? Ja, man muss naschen, na klar. Also, Schmand, Buttermilch, hier ist ein ganz kleiner Schluck Gemüsebrühe. Ich hol dir den Messbecher. Ich glaube, jetzt ein bisschen Zitrone reinraspeln wäre gut. Ja, machen wir doch auch jetzt. Hast du das schon gesehen? Das würzen wir natürlich auch mit ein bisschen Meersalz. Du musst so machen. Nein, doch. Das haben wir alle gelernt, oder? Ja. Achso, das ist so ein WM-Ding, ne? Hier verbrennt das Brot, Sami. Ja. Der Ruben steht da wie bei der Einschulung. Guck mal, der Ruben wird ja nicht eingebunden da. Ja. Haben wir die überholt, oder was? Ja, ja. Ich glaube, wir sind bald vorne, aber die schnippeln ja auch noch am Gemüse. Das ist das Gemüse für sein veganes Gericht. Sag mal, wir haben ja gar nicht abgeschmeckt. Ich würde sagen, man isst das ja alles zusammen, genau. Wir machen das Brot unten drunter, den geschmorten Chicorée oben drauf, lassen den Salat ein bisschen rüberfallen und dann einfach dieses Dressing oben drüber. Ciao, Kakao. Okay. Auch gute Idee. Aber wir können es ja auch so machen wie die da, oder? Wenn man nachbauen soll. Machen die das so? Das weiß ich nicht. So, ich finde dieses Thema Sporternährung unheimlich interessant. Mikronährstoffe, Makronährstoffe, was machen die eigentlich im Körper, was bewirken die? Man muss halt irgendwie mit der Birne auch dabei bleiben und sagen, okay, ich habe meinem Körper was Gutes getan, also bin ich höchstwahrscheinlich leistungsfähiger. Ich finde, du musst da auch ein bisschen mit anpacken. Ja, eigentlich schon. Willst du den Chicorée aufmachen? Ist der abgeschmeckt für mich? Der ist abgeschmeckt. Dann feuerfrei. Den einfach da ein bisschen drüber. Im Idealfall kommen da noch ein paar schöne Nüsse drauf, die hätten wir da oben, dann hat man noch ein bisschen Crunch oben drauf. Säcke, möchtest du das machen? Ich mache es dir auf, komm. Ich mache ein Löffelchen. Löffel kannst du auch aufnehmen. Herrlich. Also im Hauptgang machen wir Hähnchenschnitzel. Da haben wir ein schönes Bio-Huhn. Die Brustfilets haben wir der Länge nach aufgeschnitten. Die panieren wir, braten die schön an. Man kann auch das Ei schon ein bisschen salzen. Habt ihr euch beide in der aktiven Karriere dann mit dem Thema Ernährung schon beschäftigt? Oder war das zu dem Zeitpunkt noch nicht so auf dem Radar? Bei mir war das nicht auf dem Radar. Bei uns galt damals noch so die Regelung, wenn du jetzt fünf Tage die Woche alles isst, was du möchtest und dann einen Tag vor dem Spiel gesund isst, dann kriegst du vielleicht noch Bauchschmerzen. Deswegen bleib einfach bei dem, was du gesagt hast. Ach so, wirklich? Dann hat er gesagt, warum sollen wir den Jungs jetzt nur Gemüse jetzt anbieten und Fisch, wenn sie doch vorher nur Döner und Pizza gegessen haben? Haben sie Bauchschmerzen? Und dann lassen wir sie doch lieber das essen, worauf sie Lust haben und dann rennen sie morgen auch wieder besser. Woher wo die jetzt sind hier? Das ist das vegane Gericht? Das ist das vegane Gericht. Dreierlei Karotte mit Kartoffeln, glaube ich, ne? Hafergrütze. Machen wir auch Hafergrütze? Ja? Okay, dann fangen wir Hafergrütze an. So, dann schauen wir mal. Gucken wir mal Uven an. Mach das. Hey Uven. Hey Uven. Wie ist es bei dir? Wir schauen dir ja live zu, aber du stehst ja mehr als dass du arbeitest. Wir kochen nach. Wir zeigen dir mal, was wir gezaubert haben hier. Ja, nur besser. Gefällt es euch, ja? Danke schön. Ciao. Ciao, ciao. So, jetzt haben wir hier die Vorspeise schon fertig von Sammy gemacht. Das Brot habe ich gemacht. Ja, und dann haben wir hier unser Hühnchen auch fertig gemacht. Genau, unseren Hauptgang. Das war Zeckel. On Point, muss man sagen. Ganz alleine. Also ja, ein Stück weiter. Ein Stück weiter alleine. Und nun, was fehlt? Genau, jetzt machen wir noch ein schönes Dessert. Vanillequark mit ein bisschen Honig und Agavendicksaft abgeschmeckt. Dazu Bananen und Blaubeerkompott und ein paar frische Blaubeeren. Und wir müssen uns ein bisschen ranhalten, weil die sind schon ganz schön weit da vorne. Ui. Auf geht's. Also, wer mir das gesagt hat, dass wir das zaubern, bevor wir gestartet sind, hätte ich nicht geglaubt. Also, wir können stolz sein. Alle Rezepte zu den jeweiligen Gerichten findet ihr auch auf der Internetseite der AOK Nordost. Lieber Huwe, vielen, vielen Dank auch an dich, auch an deine Kollegen, die wirklich in der Akademie bei Hertha alles nachgekocht haben. Von mir nur absolut Mut zum Nachkochen. Wir haben es auch hinbekommen, hatten zwar André zu Hilfe, aber so schwer ist es auch nicht. Also, André, du hast uns gut entertaint. Ich hoffe, wir konnten dir helfen. Ja, ihr wart eine große Hilfe. Ihr wart eine große Hilfe, das freute uns und es hat echt Spaß gemacht. In dem Sinne, hao he. Hau he.